Joe bereitet sich gemeinsam mit Peggy und Jonas auf die Reise in seine Heimatstadt vor. Doch bei dem emotionalen Trip in die Vergangenheit der Möller-Brüder werden in Joe alte Erinnerungen und Schuldgefühle gegenüber Bruno wachgerufen. Joe, Peggy und Jonas bereiten sich auf eine Reise in Joes Heimatstadt vor. Die Reise weckt alte Erinnerungen in Joe. Joe packt angespannt die letzten Sachen für Naumburg, wo er mit Hilfe von Peggy und Jonas nach dem Tod seiner Mutter das Haus entrümpeln will. Bevor er aufbricht, möchte er sich mit seinem Bruder aussöhnen, was jedoch wieder einmal nach hinten losgeht. Auch zwischen Bruno und Jonas kommt es wieder zum Streit, was Joe nur noch einmal mehr vor Augen führt, wie wichtig diese Reise für seinen Neffen ist. Noch immer ist es ihm eine Herzensangelegenheit, Bruno und Jonas einander näherzubringen, bevor er sich am Herzen operieren lässt. Gemeinsam mit Peggy und Jonas macht Joe sich oft zu einem emotionalen Trip in die Vergangenheit der Möller-Brüder, der Joe psychisch und physisch fordert. Alte Erinnerungen und Schuldgefühle gegenüber Bruno werden geweckt. Joe bereitet sich gemeinsam mit Peggy und Jonas auf die Reise in seine Heimatstadt vor. Doch bei dem emotionalen Trip in die Vergangenheit der Möller-Brüder werden in Joe alte Erinnerungen und Schuldgefühle gegenüber Bruno wachgerufen. Erinnerungen und Schuldgefühle gegenüber Bruno Wachstum Untertitelung des ZDF, 2020